Herzlich willkommen bei deinem Bachelorstudium im Sportbusiness. Du studierst direkt in den VIP-Logen der modernsten Stadien. Dadurch bist du gleich mittendrin im Netzwerk der Bundesliga. Du machst deinen international und staatlich anerkannten Bachelor of Arts in Management an der School of Leadership and Management der Steinbeiß-Hochschule. Freu dich auf die Vertiefungsrichtung Sport und Eventmanagement. Dich erwarten 16 verschiedene Module, unter anderem Marketing, E-Commerce mit ganz viel E-Sports, Sport-Eventmanagement und mehr. Also alles, was das Sportherz begehrt. Aber was ist eigentlich der Sportbusiness Campus? Ganz einfach. Wir sind das Projekt Kompetenzzentrum für Business und Sport der School of Leadership and Management der Steinbeiß-Hochschule. Dort bist du eingeschrieben. Wir holen dich dann ins Stadion nach Wolfsburg, Düsseldorf und führt für deine Praxistage und Seminare. Das Stadion ist nicht nur deine Uni, sondern auch dein Pausenraum, deine Mensa, dein Fußballplatz und vieles mehr. Du machst während deines Studiums gleich drei Abschlüsse auf einen Schlag. Einmal den Bachelor of Arts an der School of Leadership and Management. Dann bekommst du das Zertifikat Fußballmanagement und du absolvierst auch noch das Zertifikat E-Sports Management. Du hast einmal im Monat ein Präsenzwochenende und kannst dein Studium flexibel planen. Du kannst nebenbei problemlos arbeiten, Praktika im Sport machen, deine Trainerscheine absolvieren oder Leistungssport betreiben. Und wenn du mal nicht persönlich da sein kannst, dann schalten wir dich einfach online dazu. Und das sind deine Wege zu uns. Du musst nicht zwingend Abitur haben, über eine Ausbildung mit Berufserfahrung oder eine abgeschlossene Aufstiegsfortbildung freuen wir uns natürlich ganz genauso. Jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Auf dich warten kleine Studiengruppen, du kannst an deinem ganz eigenen Praxisprojekt arbeiten, du bist mittendrin in einem einzigartigen Netzwerk im Sportbusiness und du wirst individuell von den Profis und von uns gecoacht. Informiere dich jetzt unter www.sportbusinesscampus.de. Wir freuen uns auf dich.